Ein paar Bonuspunkte sammeln, Weltfußballer des Jahres, Stichwort war das hier abseits. Könnte sein, aus der Perspektive schwer zu sehen, Mandzukic, Müller, Ribery, die Station zum 0-3 aus Brems Sicht. Raphael Wolf kann da vielleicht rausstürmen, bleibt da stehen, wartet auf Ribery, muss da vielleicht rausgehen, aber trifft da noch am wenigsten Schuld.